Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere leiden unter Allergien und eine Allergiediagnostik kann näheren Aufschluss über die Ursache bringen. Ich setze auf die Kraft der Kräuter, denn eine Phytotherapie kann oft schon medizinische Medikamente ersetzen. Ein wichtiger Punkt bei der Therapie ist, das Immunsystem Ihres Tieres zu stärken. Oft ist eine Ernährungsumstellung zur Unterstützung des Heilprozesses sinnvoll. Gerne erkläre ich Ihnen Details dazu in meiner Ernährungsberatung für Tiere. Untertitelung des ZDF, 2020